Unsere Firma ist einer der ersten IT-Systemhäuser im Kölner Gebiet. Wir haben viele Kunden in verschiedenen Bereichen. Wir betreuen sie rund um die IT, rund um EDV. Und seit drei Jahren machen wir auch für die Kunden die Telefonanlagen-Integration in der IT-Welt. Schnelles Internet ist sehr, sehr wichtig. Das war für uns eine Entscheidung, ob wir in Köln bleiben oder weg von diesem Standort gehen müssen. Da wir viele Informationen und Datensicherungsaufträge von Kunden haben, die wir über das Netz transferieren müssen, und mit der alten Telefonleitung, die wir bis vor kurzem hatten, war das überhaupt nicht möglich, diese Aufgaben zu bewältigen. Viele Kunden von uns haben außerhalb Deutschlands auch Büros, die remotely mit den Filialen oder mit der Zentrale verbunden werden. Und dafür brauchen sie natürlich diese schnelle Leitung. Von meinem Telekommunikationsanbieter erwarte ich natürlich als RAS die Zuverlässigkeit seiner Leitung und Dienste. Und zweitens empfehle, dass wir Hilfe brauchen, dass wir schneller und persönliche Betreuung bekommen. Wir sind Partner seit 1995 gewesen. Wir haben zusammen einer der ersten Internet-Cafés in ganz Deutschland gegründet. Das war am Rodolfplatz in Köln. Und seitdem können wir uns sehr gut auf diese Firma verlassen. Und wir sind damit sehr zufrieden. Vielen Dank. Hallo. Schω похkeläben. Bit quiere mich Steuer. Bekürt. Vielen Dank.